Blackmagic Design 8K und mehr, deswegen 8K, weil wer es ein bisschen verfolgt hat, jetzt zuletzt auf der NRP in Las Vegas, sind hauptsächlich tatsächlich 8K-fähige Geräte vorgestellt worden. 8K, was heißt das überhaupt? Das heißt, wenn man sich die Grafik anschaut, die hier mit drauf ist, dann sind wir in einem Bereich, wo wir viermal die Auflösung von 4K haben. Das heißt natürlich auch die vierfache Datenrate. Was heißt 8K genau? Es gibt verschiedene Definitionen davon. Die gängigste, sage ich mal, im Videobereich ist die REC 2020 von der ITU. Die definiert 8K als 16 zu 9 mit einer Auflösung von 7.680 und 4.320. Es gibt aber auch noch andere Definitionen, die hier mit aufgelistet sind. Was wir drüber sehen, sind die DCI-Auflösungen. Die haben stattdessen dann eine Breite von 8192 Spalten und die Höhe ist variabel, je nachdem, was für ein Kinoformat ich habe. Und genauso gibt es noch ein paar Auflösungen, die unter der REC 2020 liegen. Wenn wir uns anschauen, was passiert mit den Datenraten, wenn wir zu 8K wechseln, dann sehen wir hier zum einen auf der Darstellung ProRes HQ und H.265, High, Medium und Low. High heißt in diesem Fall nicht Kompression, sondern Bildqualität. Deswegen braucht H am meisten Datenrate und wir sind hier bei 60 Frames pro Sekunde. Das heißt, wenn ich ProRes HQ in 8K 60 Frames aufzeichnen will, dann brauche ich eine Datengeschwindigkeit, die überhaupt auf dieser Aufstellung nicht mehr richtig darstellbar ist, weil der Balken eigentlich siebeneinhalb Mal so hoch sein müsste, wie er hier zu sehen ist. Wir sind dann nämlich bei 7.542 Megabyte pro Sekunde, die aufgezeichnet werden müssen. Das alles sind natürlich Themen, die da in Zukunft noch eine Rolle spielen werden. Und wenn wir uns anschauen, das ist zurzeit so 8K-mäßig auf dem Markt, dann gibt es zum Beispiel von Blackmagic ja auch noch keine Kamera. 8K-Übertragung, womit geht das eigentlich? Zum einen ist HDMI 2.1 neu spezifiziert worden Ende letzten Jahres. Da kann ich dann mit einem HDMI-Kabel 8K-Daten übertragen. Im Moment ist es auf dem Markt noch nicht angekommen. Die Lösung im Moment ist Quadlink HDMI 2.0. Das heißt, ich muss vier HDMI-Kabel verwenden, um 8K überhaupt vom Player oder vom Datenserver an meinen Monitor zu bringen. Dann ebenfalls relativ neu spezifiziert Super MHL im mobilen Bereich. Das ist ein Video-Übertragungsstandard, der Mobiltelefone an mein jeweiliges Abspielgerät anschließen kann. Dann kann ich verwenden zweimal Displayport 1.3 oder einmal Displayport 1.4 und dann ebenfalls in der Blackmagic-Welt wieder relevant Quadlink 12G SDI. Außerdem theoretisch Glasfaser. 8K, wer braucht es eigentlich heutzutage? Gibt es überhaupt schon Anwendungen, in denen 8K eingesetzt wird? Zum einen gab es tatsächlich 2016 schon die Übertragung der Olympischen Spiele, die teilweise testhalber in 8K erfolgt ist. Und zwar durch NHK, den japanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Und deren Ziel ist, die komplette Olympiade in Tokio 20K in 8K zu übertragen. Es gibt einige andere Sender weltweit, die Interesse bekundet haben, ebenfalls die Olympischen Spiele 2020 in 8K übertragen zu wollen, wo aber die Infrastruktur, soweit ich weiß, noch nicht vollständig da ist. Zum Beispiel Rai in Italien will eigentlich bis dahin 8K fähig sein. Im deutschen Raum ist es mir jetzt nicht bekannt, dass es da Bestrebungen gibt. Abgesehen jetzt von der kommenden Olympiade ist eine interessante 8K-Wendung Region of Interest. Das heißt, ich zeichne in 8K auf und verwende dann das aufgezeichnete 8K-Material, um dort HD- oder 4K-Ausschnitte rauszukroppen. Zum einen eine technische Spielerei, aber es gibt auch ganz klar Überlegungen, die wirtschaftlicher Natur sind. Wenn ich da eine Möglichkeit habe, quasi mehrere Kameras, beziehungsweise Kameraschwenks mit einem 8K-Sensor aufzuzeichnen, dann gibt es da durchaus Bestrebungen, quasi die Kosten der Arbeitskraft, sage ich mal, einzusparen, Kameramänner sparen und die Schwenks und Zooms virtuell generieren. Ganz großes Thema 8K und wo es auch real eingesetzt wird zurzeit schon, Projektionen und Großdisplays bei Großveranstaltungen. Dann Filmprojekte, da habe ich den Vorteil, wenn ich in 8K aufzeichne, dann muss ich mein Material nicht hochskalieren, wenn ich es danach in 8K veröffentlichen will. Und dann gibt es so eine aus meiner Sicht eher gimmickartige Anwendung 3D-Fernsehen ohne Brille. Da wird mit Layern gearbeitet, die gleichzeitig wieder die Bildinformationen einschränken. Je mehr Layer ich habe, desto um denselben Faktor wird meine Bildqualität wieder verringert. Das heißt, mit 8K kommt man dann da zum ersten Mal in den Bereich, wo ich den 3D-Effekt, den solche Fernseher erzeugen können, aus auch seitlichen Blickwinken erstellen kann, weil ich mit ausreichend Layern arbeiten kann. Dann 8K, wie stellt man das dar? Es gibt tatsächlich bereits einige 8K-Displays auf dem Markt. Sony hat mehrere Modelle vorgestellt. Sharp hat bereits seit 2016 erste 8K-Monitore auf dem Markt. Samsung hat 8K-Monitore vorgestellt, jetzt auf der ISI. Und Toshiba, LG und Hisense haben ebenfalls angekündigt, 8K-Monitore auf den Markt bringen zu wollen. Im Projektorenbereich gibt es seit 2018 die ersten nativen 8K-fähigen Monitore von Digital Projection. Und JVC arbeitet schon seit einer Weile mit eShift, um sogenanntes 8K darzustellen. Real gesehen, es ist aber eigentlich ein 4K-Signal. Das geht auch als 4K rein und wird softwareseitig aufgeblasen. Im Veranstaltungsbereich bietet AV Stumpfel seit 2017 schon ihren Raw-Medien-Server in 8K an. Der spielt dann 4K-Signale gleichzeitig parallel aus, um 8K zu realisieren. Dann nach dem kurzen Ausflug 8K, was bedeutet das? Und wie sieht der Markt eigentlich gerade aus? Was ist jetzt neu angekündigt von Blackmagic? Beziehungsweise welche Produkte gibt es, die 8K-fähig sind? Jetzt neu angekündigt auf der NAP in Las Vegas. Atem Constellation 8K, der erste 8K-fähige Switcher von Blackmagic. Das Hyperdeck Extreme 8K HDR, ein 8K-fähiger Player mit Control Unit dazu. Terranex Mini SDI to HDMI 8K HDR ist ein Konverter von 4x 12G SDI auf 4x HDMI 2.0, um quasi meine Fernseher bespielen zu können, falls sie nur HDMI-Eingang bieten. Decklink 8K Pro gibt es schon länger, die erste 8K-fähige Steckkarte. Und ebenfalls auf der NAP neu angekündigt ist Multidoc 10G, was 8K-Signale aufzeichnen kann. Kurz zum Atem Constellation 8K. Das ist so ein bisschen vereintes, viele Fähigkeiten neben 8K, die sich die Leute schon länger gewünscht haben bei Blackmagic. Es ist der erste große Blackmagic-Switcher, der skalieren kann, an jedem Eingang unabhängig. Wir haben 40 12G SDI-Eingänge, falls ich in 4K arbeiten will. Alternativ, wenn ich in 8K arbeiten will, muss ich die Eingänge in Quadlink betreiben. Ich habe dann quasi noch 10 Eingänge, die 8K-fähig sind. Bei den Ausgängen habe ich 24 unabhängige AUX-Ausgänge, die ich frei mit Material bestücken kann. Dementsprechend, wenn ich 8K ausgeben will, fasse ich wieder jeweils 4 zusammen, bin dann bei 6 Ausgängen. Es hat einen MADI-Eingang, wenn ich MADI-audioseitig verwenden will. Dazu zusätzlich symmetrischen Audio-Eingang. Vor einer Weile ist Fairlight-Audio von Blackmagic aufgekauft worden. Das kommt jetzt verstärkt in den Switchern an. Das wird in Zukunft auch noch stärker zunehmen, denke ich. Der 8K-Constellation bietet 128 Audiospuren, die in der Software einzeln steuerbar sind. Es sind neue Fairlight-Panels angekündigt, die in Zukunft verfügbar sein werden. Es ist aber noch nicht genau bekannt, wann sie letztendlich auf den Markt kommen. Für Talkback werden Drittanbieter unterstützt, Clearcom und RTS unter anderem. Ich kann das komplette Gerät, falls nötig, über die Frontblende steuern. Auf der Multi-Viewer-Seite kann ich entweder 4K-Multi-Viewer, oder dann dementsprechend wieder einen 8K-Multi-Viewer verwenden. Die Multi-Viewer sind frei konfigurierbar von der Aufteilung der Screens her. Das Hyperdeck Extreme 8K HDR, der erste 8K-fähige Player von Blackmagic, orientiert sich vom Design her an den alten klassischen Matzen. Ich habe auch den RS4-422-Ausgang hintendran, kann theoretisch damit auch tatsächlich Matzen steuern, falls ich noch welche im Betrieb habe. Zeichnet auf H.265 auf. Ich kann optional eine SSD als Cache in das Gerät einbauen. Die würde dann, falls die Karte, die ich verwende, mit der Aufzeichnung nicht hinterherkommt, als Cache fungieren, sodass ich Frame-Droppings verhindern kann. Ich kann 3D-Loads verwenden. Ich kann, habe ich schon gesagt, ich kann auf 8K aufzeichnen, in dem Fall über Quad-Link SDI. Medien, entweder CFAS-Karten oder externe Festplatten über USB-C. Ich habe einen 10G-Ithernet-Anschluss, den ich verwenden kann, um Daten über FTP abzuladen und zur Steuerung. Die Control-Unit ist vom eigentlichen Deck unabhängig. Ich kann damit bis zu 8 von den Decks gleichzeitig steuern. Der Terranex Mini SDI to HDMI 8K HDR ist die Lösung, die Blackmagic anbietet, um von 12G SDI, das die meisten Geräte verwenden, auf HDMI 2.0 zu kommen, was ich brauche, um auf die meisten Fernseher aufzuspielen. Kurz, also ist gedacht für 8K Monitoring, was ein gutes Feature ist aus meiner Sicht. Ich kann Kalibrierungsgeräte verwenden, um die Monitore zu kalibrieren. Wenn ich nicht einen verwenden will, sondern vier quasi, um mir so eine Art Monitoring-Video-Wall zu bauen, dann kann ich die Monitore mit dem Gerät farbmäßig aufeinander abstimmen. Ich kann auch hier wieder die 3D-Lots direkt mit aufspielen. Das Gerät ist im Rack verbaubar und die Eingangssignale kommen über Quadlink SDI. Die Decklink 8K Pro, schon seit einer Weile verfügbar, ist die erste Karte von Blackmagic, die 8K fähig ist. Ich habe hier, da ist noch ein kleiner Fehler mit drin, es sind nicht vier unabhängige Schächte, ich habe hier vier unabhängig voneinander agierende SDI-Eingänge, die verwendet werden, um mein Signal reinzubringen oder raus. Es werden Signale bis 8K P60 DCI unterstützt, 8, 10 oder 12-Bit, 4, 4, 4, dann bis 30 Frames oder wenn ich 10-Bit verwende, dann in allen verfügbaren Modi, also auch bis 60 Frames. Es unterstützt Rack 601, 709 und eben auch jetzt die für 8K relevante Rack 2020. Das Multitock 10G hat vier unabhängige Schächte, die aber auch parallel verwendet werden können, um 8K aufzuzeichnen. Ist es über USB-C Anschlüsse ansprechbar? Also ich habe zwei Anschlüsse hinten dran, die ich entweder verwenden kann, um die 8K Datenrate zu unterstützen oder ich kann aber auch zwei Rechner gleichzeitig anschließen und dann in 4K arbeiten. Was gibt es sonst noch Neues von Blackmagic zu designen? Ebenfalls neu vorgestellt, aber jetzt 8K nicht so relevant. DaVinci, die neue Resolve 16-Version, ist in der Beta auch schon downzuloaden auf der Internetseite von Blackmagic. Dazu passend, das Editor-Keyboard wird wahrscheinlich ab August verfügbar sein. Fusion Studio 16 ist gleichzeitig mit Resolve angekündigt worden. Der Batteriegriff für die neue Pocket-Kamera 4K ist angekündigt. Wird auch wahrscheinlich im August verfügbar sein. Die Blackmagic USA Mini Pro 4,6K G2 ist ja schon vor einer Weile angekündigt worden. Der letzte Stand, was wir jetzt so mitbekommen haben, ist, dass sie angeblich diese Woche ausgeliefert werden soll. Das heißt, wir müssten im Laufe der nächsten Tage die ersten Kameras erhalten, die wir dann an die Händler weitergeben können. Ebenfalls neu angekündigt und auch bereits verfügbar der Quad-HDMI-Recorder und ebenfalls neu angekündigt Decklink-Drew 2 Mini. Resolve 16 und Fusion 16, was ist neu? Blackmagic Resolve 16 ist die einzige Software, die im Moment Editing, Farbkorrektur, Visual Effects und Audio Posts in dieser Qualität in bis zu 8K anbietet. Die Kollaboration zwischen mehreren Nutzern live in einem Projekt ermöglicht. Neu vorgestellt in der Version 16 ist der Cut-Arbeitsraum, der schnelleres Arbeiten ermöglichen soll als der bisher vorhandene Edit-Arbeitsraum. Wird erreicht, indem manche Features darüber nicht zugänglich sind und die wirklich notwendigen für schnelles Schneiden größer dargestellt werden. Ebenfalls neu die DaVinci Neural Engine bringt erste KI-unterstützte Features mit rein. Gesichtserkennung, Speed Warping. Außerdem kann ich Objekte entfernen lassen, KI-basiert. Es gibt jetzt neu die Quick-Export-Funktion. Ich kann mich dort mit meinem YouTube- und Vimeo-Account anmelden und meine Projekte direkt bei YouTube hochladen. Die Fusion-Arbeitsoberfläche innerhalb von DaVinci ist deutlich beschleunigt worden. Fairlight ist nochmal aufgebaut worden im Vergleich zur Version 15. Außerdem über 100 andere Neuerungen. Der Declin Quad HDMI-Recorder bietet vier unabhängige HDMI 2.0-Eingänge. Er unterstützt als jetzt erstes Blackmagic-Gerät tatsächlich so ziemlich alle gängigen Computerformate. Computerformate sind bei Blackmagic ja schon seit längerem unterstützt worden. Häufig dann aber halt nicht alle, die tatsächlich relevant sind. Er unterstützt ebenfalls REC 601, 709 und die für 8K relevante REC 2020. Declin Duo 2 Mini bietet vier unabhängige 3G-SDI-Mini-Anschlüsse. Jeder Anschluss beliebig als Ein- und Ausgang konfigurierbar und ein sehr schmales Profil ist konzipiert eigentlich für möglichst kleine Workstations. Er unterstützt Formate bis 1080p, äh, 1080p, 60p. Der Blackmagic Pocket Camera Battery Grip, ähm, wird bestückt mit zwei, ähm, Sony-NPF-Akkus. Ähm, und zwar davon die flachen, NPF 550 und erhöht damit die mögliche Aufnahmedauer auf zwei Stunden. Die Pocket Camera, wenn man normal betreibt, mit dem LPE6 Canon Akku, der eigentlich, ähm, drinsteckt, so ungefähr 45 Minuten Aufnahmezeit. Und hoffentlich diese Woche dann auch verfügbar. Die Blackmagic Earth-A-Mini Pro 4,6 G2, ähm, hat einen verbesserten Super 35 4,6K Bildsensor, ist HDR-fähig, 15 Blendenstufen Dynamikumfang, hatte die, ähm, die G1 auch alles schon, und jetzt aber neue Framerates, wenn ich auf HD drehe, bis zu 300 Bilder pro Sekunde. Ebenfalls von der alten ÖRSA schon bekannt, die wechselbaren Mounts, wird weiterhin ausgeliefert mit dem EF-Mount standardmäßig. Es gibt aber ebenfalls einen PL-Mount, einen Nikon F-Mount und den B4-Mount, die auch vom Benutzer selber zu wechseln sind. Ich kann auf SD, auf C-Fast-Karten aufzeichnen, wie mit der alten, ähm, ÖRSA Mini Pro. Zusätzlich jetzt neue, externe Festplatten über USB-C. Ich kann die, ähm, Kamera über die bekannte Blackmagic-App, ähm, per Bluetooth steuern. Wie eigentlich bei allen professionellen Blackmagic-Kameras wird der Venti Resolve Studio mitgeliefert. Und, ähm, bin schon kurz darauf eingegangen, aller Voraussicht nach, jetzt diese Woche oder nächste Woche lieferbar. Und, ähm, bin schon kurz darauf eingegangen, Und, ähm, bin schon kurz darauf eingegangen, Vielen Dank.